so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge gambeln in der mystischen schmiede erinnert euch vielleicht an das letzte mal das eis raptoren video da habe ich mir den hier freigeschaltet wie ihr seht ich habe noch nicht entsperrt das werde ich jetzt tun und da ist er in meiner sammlung da freue ich mich sehr drüber und jetzt geht es wieder ans weitermachen von dieser ganzen geschichte ich mache mal vier stapelchen von den grünen und muss natürlich logischerweise die schmiede neu starten dass sie auch da sind so jetzt brauchen wir natürlich ziel sollte es jetzt natürlich sein den feuer hieser glaube ich zu bauen und wenn ich mich recht im sinne geht das über den roten da brauchen also erstmal zwei blaue und dann starten wir den mal zack da müssen wir die schmiede auch gleich schon wieder neu starten weil sie diese teilungen nie mitbekommt so das waren doch zwei blaue und ein grüner so da haben wir den roten und dann brauchen noch einen blauen und einen gelben für den schwarzen haben wir den roten haben wir schon freigeschaltet ist schon mal schön wir brauchen noch einen blauen und einen gelben den blauen haben wir und den gelben kriegen wir über den blauen wenn ich mich recht entsinne ein blauer und zwei grüne jawohl also dann machen wir erst mal den gelben dann müssen wir nämlich nicht teilen so da haben wir den gelben und dann machen wir uns noch mal einen blauen und dann sollten wir eigentlich als nächstes den schwarzen machen können ein roter ein blauer ein gelber jawohl und ich glaube das war auch der weg habe ich die eigentlich schon alle freigeschaltet naja den gelben noch nicht das muss ich dann vielleicht nachher noch tun wenn was übrig bleibt da haben wir den schwarzen den habe ich schon freigeschaltet ein goldenen ein silbernen ein schwarzen für den feuerraptor okay das ist der erste den wir fertig haben jetzt brauchen wir noch einen goldenen und einen silbernen also fangen wir wieder von vorne an machen uns erst mal einen blauen und um einen blauen was brauchen wir da einen silbernen und einen goldenen da müssen wir erstmal bei den roten raptor gehen für den goldenen wenn ich mich recht entsinne und für den brauchen wir noch einen zweiten blauen was da wieder geld rausgehauen wird unfassbar und ich bin wahrscheinlich nicht der erste der dieses diese tierchen alle freigeschaltet hat wenn ich mir die preise angucke ist das momentan auch echt eine gute verdienstmöglichkeit so für den goldenen brauche ich einen roten einen gelben und einen schwarzen das heißt ich muss mir tatsächlich dann nachher noch mal einen schwarzen machen einen roten einen gelben und einen schwarzen okay dann habe ich den roten und den schwarzen schon mal und dann brauche ich noch einen gelben also das heißt ich brauche zuerst mal wieder einen blauen und für einen gelben brauche ich einen blauen und zwei grüne so da haben wir den und jetzt brauche ich hat für den goldenen einen roten gelben und einen schwarzen hat das ist das falsche fenster einen schwarzen einen roten und einen gelben den roten habe ich freigeschaltet den schwarzen den gelben nicht das heißt da muss ich nachher noch mal schauen dass wir das hinkriegen und der goldene den habe ich auch noch nicht freigeschaltet oh ja das wird teuer nun ja jetzt habe ich den goldenen den ich für den feuerraptor brauche jetzt brauche ich wieder einen schwarzen das heißt wir müssen wieder einmal über den blauen gehen wie immer das reicht noch und dann weiter über den roten das heißt wir brauchen einen zweiten blauen dann müssen wir das gleich neu starten können erstmal ein stack farben machen so dann brauchen wir für den roten zwei blauen und einen grünen dann machen wir das doch mal zwei blaue ein grüner und natürlich wieder farben da haben wir den roten den goldenen hatten wir schon jetzt brauchen wir den schwarzen da brauchen wir einen roten einen blauen und einen gelben also ein roten einen schwarzen und einen gelben da brauche ich erstmal wieder zwei blaue damit ich den ja zwei blaue damit ich den roten machen kann denn den roten brauche ich den roten habe ich ja schon für den schwarzen das ist also unsinnig den blauen habe ich auch schon ach den gelben der gelbe fehlt und den gelben kriege ich natürlich über den blauen also war es doch richtig den blauen so und über den gelben kriege ich nachher natürlich dann auch den silbernen den ich auch noch brauche für den goldenen für den feuerraptor also da haben wir erstmal einen gelben und einen roten und dann brauchen wir noch einen blauen so da haben wir den blauen und dann sollten wir den nächsten schwarzen machen den brauchen wir nämlich das sieht wertvoll aus und da haben wir den schwarzen und dann brauchen wir last but not least einen silbernen und das geht über die gelben also und dann machen wir mal den nächsten da haben wir erstmal einen blauen und für einen gelben brauchen wir keine weiteren das geht so der gelb ist auch noch nicht freigeschaltet da erinnere ich mich immer wieder dran wenn ich ihn sehe und für einen silbernen brauchen wir einen blauen und zwei weiße raptoren und für einen weißen raptor brauchen wir zwei gelbe das heißt wir müssen also jetzt insgesamt zwei weiße raptoren machen das heißt wir brauchen vier gelbe das könnte echt knapp werden ich hoffe das reicht aber die gelben verschlingen sehr viele grüne also das müsste sich mal irgendjemand ausrechnen so und was das farben kostet die farben sind ja auch extremst teuer geworden drei habe ich und ich brauche aber noch einen vierten wenn ich das richtig in erinnerung habe so ne farben einen weiteren gelben dann halt das ist der falsche knopf gewesen dann teilen wir den stack einmal und wir müssen jetzt zwei weiße herstellen das geht mit grünen raptoren das ist schon mal schön einmal die schmiede neu starten zwei stacks mit gelben und ein stack mit grün und wieder mal farben zapp und dann nochmal die gelben und noch ein grüner und nochmal farbe da haben wir die zwei weißen und die brauchen wir für den silbernen hups was war denn das rezept für die silbernen ging das über den gelben wahrscheinlich also brauche ich nochmal einen blauen das ist blöd wenn man das rezept dann vergisst halt gelben raptor ja dann brauche ich nochmal einen gelben so da haben wir ihn wir brauchen zwei weiße raptoren und einen blauen nur um den gelben zu kriegen da kriegt man das rezept ok zwei weiße und einen blauen das ist aber nicht so schlimm den gelben muss ich ja eh noch freischalten von daher finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht dass ich mir versehentlich einen machen musste bloß weil ich das rezept vergessen habe ich hätte ja auch das video anhalten zurückspulen und gucken können so ich brauche also ich muss die hier teilen die weißen raptoren habe ich schon freigeschaltet das ist ja prima also bis auf die gelben und ich glaube den goldenen hatte ich dann schon so ziemlich alle im übrigen werden sie nicht freigeschaltet wenn man sie in die schmiede wirft das ist vielleicht mal ganz wichtig zu wissen ein blauen und zwei nein halt wo war das rezept jetzt ein blauer und zwei weiße genau blauer und zwei weiße und ein wenig farbe schabob und da haben wir den silbernen den ich auch noch nicht freigeschaltet habe ok jetzt brauche ich aber den goldenen den schwarzen und den silbernen den goldenen den schwarzen und den silbernen und farbe man kann nie zu viele schätze und da haben wir den feuer raptor ja da haben wir ihn und natürlich fügen wir in der account garderobe hinzu das versteht sich von selbst da fehlen mir jetzt tatsächlich noch der gelbe der silberne und der goldene das geht ja eigentlich ja der gelbe wird der account garderobe ebenfalls zugefügt da fehlt mir bloß noch der silberne und der goldene nun ja ihr habt gesehen so kann man einen feuer raptor herstellen die anderen waren ja alle schon dabei ich bin also fast durch ich muss mir jetzt bloß noch die zwei da machen um dann tatsächlich das ganze vollständig zu haben das werde ich jetzt aber tun ohne euch und bis dahin euer kubaner ciao